So, jetzt ist es kaputt. Dann bin ich nur da rein. Ich habe schon ein paar Gegner gehört. Da. Hat keiner gesehen? So, wo ist der Schrauber? Da. Wer könnte mich sehen? Okay, sie haben mich gerade gesehen schon. Ja, haben sie. Ist schon wieder Auto gestellt hier. Na? Geht mal rum. Na? Absolut. Geht's in Folge. Da war da immer noch einer, oder? Ja. Okay. Die Stiefel, wir können mal weiter. Ich hoffe, sie müssen die Schrauben nehmen. Und hier. Ist doch gut. Bleib doch mal locker. Ich glaube, ich schmeiße den Macher. Granade. Kaputt. Stirb doch. Na komm, hier. Kriegst du eine Handgranade. Die eine zurückschmeißen. Da ist einer. Und das ist ein Explosionsrisser. Das sah ich nur. Nie gedacht. So, kaputt. Alles gut. Haben wir es jetzt? Ja, okay. Okay. Dann stellen wir mal eine Luftschraube ein. Ich will fliegen. Ich will fliegen. Ich will fliegen. Ich bin erst da. Das balancieren wir noch. Ja, ich bin ja dabei. Ich sicher doch hier alles. Hier macht doch gar nichts. Das ist doch alles wieder ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was hier ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich sehe mal nach. Ach so, er fliegen. Ja, ich weiß nicht. Wie ist das? 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 Der fließt weg und wir müssen hier bleiben oder was? Was ist das denn für ne Krisekacke? Das ist ja voll unfair. Das ist ja voll unfair. So, wo haben wir den ne Krassiker? Guck mal gerade. Da, da, da. Guck mal da ist auch einer. Da sind noch zwei. Oh, Kopfschuss. Halt den, meine Deckung wird geschehen. Ich versuche mal einen anderen Weg, äh, andere Deckung. Ah, Manu, was ist denn da? Immer weg. So. Nalan, oben. Das ist meiner. Topfkampf, hier. Äh, wollen wir mal schauen? Guck mal, da oben ist noch einer. Wo ist da hin? Nee, wo ist da jetzt hin? Wo ist da jetzt hin? Wo ist da jetzt hin? Lauf doch nicht weg! Lauf doch mal hier! Lauf doch nicht weg! Hallo! Nicht weglaufen! Hallo! Nicht weglaufen! Verfolg dich! Ich krieg dich! Geht doch! Das ist gesichert! Oh, wo haben wir noch welche? Was haben wir denn hier alles? Farmers! Ah, da! Das ist doch geil! Komm schon! Die VIPs kommen mit einem feindlichen Helix! Lade, zeig die Position! Ja, da! Damit kann ich nicht gut gehen! Da haben wir noch ein bisschen Taschenlampe dran, aber egal! Wäre ich nicht! Obwohl doch die Stopps ziemlich cool, dann sehen die auch was! Ja! Alles klar! Komm drücken! Und Fahrstuhl! Fahrstuhl fahren! Gibt es irgendwelche komische Fahrstuhl? Oh, hier gibt es Fahrstuhlmusik! Da muss ich keine Fahrstuhlmusik machen! Das ist ja cool! Welcher Marsch! Ist ja schon mal super! Bekommst du etwa Platzangst hier drin? Schaue alle mal! Peck nicht, der Fahrstuhl macht mir Sorgen! Sondern die Höhe! Damit komme ich nicht klar! Willst du mich verarschen? Hä? Was? Ich hieb dieses Lied! Rekas, ich höre gar nichts! Zu leise! So! Geh weiter! Guck mal Lichter! Sieht hier was? Guck mal Schatten! Auf geht's Rekas! Ja! Danke! Was ist das was ich glaube? Genau meine Kragenweite! Ich hab irgendwas gesehen! Da sag ich doch! Da ist einer! Moment! Guck mal! Oh da kommt auf einer! Moment! Hubschrauber über dem Platz! Mach ich hier mal so ein paar Ziele! Richtung Osten! Wie soll ich hier suchen können? Ich weiß es noch nicht! Vielleicht ist es überhaupt nicht! Nein! So! Schauen wir mal auf mich hier drüben! Der soll sich endlich verziehen! Wir müssen da rüber! Ich bin hier einfach so durch die Tür spaziert! Ja! 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 Na komm! Beweg dich da mal weg! Mach mal hier so ein bisschen ein auf Splitter Cell! Moment! Und die Kräfte! Ja! Ja! Ja, nicht wirklich! Aber.. Na ja! Egal! Wo 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 wo! Ach von unten kommen wir mal welche! Äh ich lauf weg! Ich lauf weg! Lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich weg! Ich bin tot. Shit. Ach, Mann. Okay, ich glaube, wir machen das nicht. Wir tricksen hier nicht so ein bisschen. Wir machen das anders. Und wir haben ein Ladescreen. Ein Blackscreen mit einem komischen Strich, der so leuchtet. Okay. So, ja, wir haben... Der Lichtmoss, bitte. So, schauen wir mal. Ach so, erst mal gucken. Das ist doch Unsinn, aber eben. Mann, da ist das Reiner, das ist der Schrauber. Da müssen wir gleich nicht kommen. So, das Licht ist auch ziemlich cool. Das blendet richtig gut. Da sieht man so viel mit. Dann gucken wir mal bei einer. Normalerweise können sich das hier doch noch einen anderen Weg. Da steht auch noch einer. Ganz ruhig, natürlich, Leute. Das ist ganz anders. Ich bin jetzt auch hier oben. Naja, wir gehen ja da rüber langsam. Jetzt gucken wir gerade hier, ob wir noch was ist. Der eine Typ ist doch hier irgendwie lang. Irgendwann einen Schrauber. Ich weiß noch nicht, wie ich gerne glovesavait arrive. soll, wie ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass ich hier mit Handkanaten rumliege. Da kommt einer. Er guckt in meine Richtung. Er guckt in meine Richtung. Er guckt in die Lange. Äh, beweg dich doch mal. Hallo, danke. Oh, tschüss. Sie haben es trotzdem. Aber egal. Ich lauf weg. Ich lauf weg. Jetzt ist das Schrolauch. Guck mal auf die Triffe. Ja, ich hab was getroffen. Wenn die ohne abgeseilt. Na cool. Aha. Ach Mist, ich hab gedacht, ich hätte den Pilot noch mal welche. Aber leider nicht. Da kommt doch nichts. Abschuss. Nicht versteckt. Oh komm. Ja, ja, ja. Abschuss. Kraftig. Was ist hier los? Nein, ich schieße auf den einen. Ich sehe nichts. Es blendet sich. Guck mal, da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Ich kann nicht schießen. Ah. Danke. So, jetzt machen wir die da hinten mal weg. Hubschuss. Oh, da ist der Tod. Wo ist der andere? Der ist doch hier irgendwo. Sie sehen gar nicht. Ich sehe nicht mal die Markierung. Ach, der ist ja drinnen. Das war fettig. Das auch. Ne, das geht nicht. Ach, Mann. Hallo. So, das geht. So. Oh, ein Schuss. Auch gar nicht mehr Schüsse. Ich brauche nur einen. Mehr oder weniger. Nicht immer, aber immer öfter. So. Wo ist der Nächste? Da, guck mal da. Der krepelt da runter. Ach, guck, das sind zwei Schüsse. Hier kann ich nicht einsteigen. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ach, da. Ich hab so gerne einen Blick gemacht. Das ist ja was Neues. Ja, ihr lauft da hoch. Spricht rüber. Das sieht gut aus. Oh, krieg ich das Ding auch? Ach, ne, das ist ja nicht. Das will ich nicht. Das war halt. Da muss ich nicht. Ach, ne, ne. Ach, ne, ne. Pipo ist weg. Lass mich zur Segur. Lass mich zur Segur. Lass mich zur Segur. Moment. Bleiben wir da. Ah, der steht dahinter. Wo war ich das? Ich bin nach oben, glaube ich. Okay, gar nicht. Schade. Okay, dann laufen wir mal da. Das ist Panzer! Ich mag keine Panzer. Ich baller dich einfach rum. Ich bin so bekloppt da. Ah, ja, hier kriegst du den Ankerlader. So, ganz einfach. Wenn ihr da schon rumsteht, dann dürft ihr aufs Sterben gehen. So, weiter geht's. Ich mag keinen Panzer. Ja, alles klar. Krass, das kommt mit her. Geh einfach rüber. Auch nix. Oh, mein Team geht rum oder hinten rum. Ich bin schon... Ich bin gleich da und, äh... Ja. Ah, die teleportieren sich hinterher. Okay. Das ist ja brutal. Ich will das auch können. Ich will mich auch hinterher transportieren. Ja. Ja. Die halten sich fest. Da gehen wir nicht rein. Ich weiß noch nicht wo lang. Ich bin ganz da unten lang wahrscheinlich. Ach doch. Okay, da jetzt. Wir drehen ja alle durch. Wem sagst du das? Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Fluss zu kommen. Oh, was ist das? Ich fäng ihn wieder fest an dem Staubkorn. Ja, ja. Wir brauchen auch Hilfe. Oh, hast du jetzt das Sagen? Augen auf, Wrecker. Entspann dich, Pack. Die werden uns nichts tun. Wie geht's? Die nicht, aber, äh... Das ist schön, was da unten rumsteht. Das ist gefährlich. Haltet euch vom Fenster fern. Das ist ein dicker Panzer. Da kommt noch einer. Kommt in die Stadt rein oder raus. Wir müssen zum Fluss. Aber der ist leer. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Ich hab da so ne Idee. Wir wehren uns alle. Changs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Der ist doch nicht leer. Bleib hier und schütz dein Kind los, Wrecker. Bewegung. Okay. Aber ich dachte, ich darf jetzt Panzer fahren. Schade. Verstöre den Panzer. Genau. Wie? Ja, Leute. Das war's auch wieder für diese Folge hier von mir für euch. Und ich hoffe, es gefällt euch immer noch. Und ich hoffe, ihr seht euch auch meine anderen Let's Plays an. Ich habe zum Beispiel schon mal Splitter-Selda verlinkt. Und ihr könnt euch das ja mal anschauen. Also viel Spaß beim Zuschauen. Ciao, ciao.